Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, zum vierten Webinar der Woche. Heute ist Donnerstag, morgen Freitag, da gibt es wieder ein etwas längeres Webinar. Das möchte ich an der Stelle gleich auch schon ankündigen mit großem Index-Check, Nachrichten-Check der kommenden Woche und ein bisschen Edukation. Diesmal mit dem interessanten, wie ich zumindest finde, interessanten Thema Fail-Trades oder auch Miss-Trades und ein paar Strategien, wie man das Thema anpacken kann, damit man hier die Auswirkungen auf die Konten so klein wie möglich hält beziehungsweise vielleicht auch den ein oder anderen Trade gar nicht erst macht. Da gibt es Strategien, die haben Vorteile, die haben Nachteile, aber mehr dazu gibt es dann selbstverständlich morgen. Aber jetzt ist erst einmal Donnerstag. Guten Morgen hier auch an alle Live-Zuschauerinnen und Zuschauer. Steffen, Lüttger, Elena, ich freue mich auch heute wieder gerne auch den ein oder anderen Wunschschart zu besprechen. Zuvor allerdings der Risikohinweis, den bitte ich, wie er hier auch abgebildet ist, in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen, dass im Kurzen der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Wie geht es denn heute weiter mit der Marktvorbereitung? So wie jeden Tag. Es ist wirklich jeden Tag das Gleiche. Wichtigerweise heute die Nachrichten auch aus England, weil ich habe, ich gucke mal kurz auf den Spickzettel, natürlich wieder drei Paare, aber keine Währungspaare, sondern diesmal auch ein Index wieder dabei für den heutigen Tag. Das heißt, wir sprechen über den Euro-britisches Fund. Da sehe ich gerade, ist im Blog ein Fehler drin. Na gut, das muss ich noch korrigieren. Dann Euro-Neuseeland-Dollar und wir schauen auf den Schweizer Aktienmarkt. Da gucken wir heute drauf. Hier die Nachrichten an der Stelle natürlich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Hier aus England. Nummer 1 Thema FED-Vorsitzender Paul spricht. Das ist heute Nacht schon durch. Runter damit. Was gibt es heute im Laufe des Tages? Die wichtigen Sachen aus Britannien stehen hier oben geschrieben. Es gibt den Inflationsbericht der Bank of England. Es gibt den Zinsentscheid und das Sitzungsprotokoll zu den Zinsen von der Bank of England. Und alles das um 13 Uhr, das heißt, das, was dort zu Tage kommt, das kann unter Umständen durchaus für mehr oder weniger Bewegung in Währungspaaren, die mit dem britischen Fund verknüpft sind, führen. Heißt also auch für die Handelsidee, die wir hier heute haben, müssen wir das auf alle Fälle mit im Geiste haben, was an dieser Stelle hier eventuell passieren kann und das in unsere Trading-Strategie oder in Ihre Trading-Strategie auf alle Fälle auch noch mit einbeziehen. Das sind also wichtige Fakten hier im Nachmittag. So, jetzt schauen wir gleich nochmal auf die aktuellen Zahlen. Wir sehen es ja hier, wir hatten heute Morgen um 8 Uhr das Thema der Industrieproduktion aus Deutschland bekommen. Da gucke ich gleich mal rein. Hier steht die aktuelle Zahl noch nicht, aber ich habe sie ja da. Kurz einen Augenblick. Um 8 Uhr gab es das. Na, komm mal her. Hier ist das Bild verrutscht. So, 8 Uhr deutscher Zeit. Hier hatten wir es. Die Industrieproduktion in Deutschland Prognose waren 0,7 Zuwachs. Wir haben ein Minus von 0,4. Das jetzt so, wie es ist. Das ist eigentlich kurzfristig zumindest häufig so, dass der DAX da negativ drauf reagiert. Das ist auch das, was wir momentan sehen. Der DAX ist hier leicht im Rückwärtsgang. Entweder am großen Bild nichts, da gucken wir morgen drauf. Aber das sind die aktuellen Zahlen hier von dieser Stelle aus. Großbritannien bekommen wir dann um 9.30 Uhr noch das Thema Hauspreisindex. Um 10 Uhr gibt es in Europa den Monatsbericht der EZB. Um 11 Uhr gibt es die EU-Wirtschaftsprognosen. Also hier eine Menge aus der Eurozone heute, was für Bewegung sorgen kann. Und dann gibt es hier um 13 Uhr in dem Rahmen mit dem Zinsentscheid oben noch natürlich von der britischen Seite her die Abstimmung für die Senkung, Erhöhung oder unveränderte Zinsen. Ja, es ist auf dem Plan. Man führt es hier im weiten Sinne entsprechend auch mit aus. Am Nachmittag dann auch weiterhin noch eine Besprechung von oder eine Rede von EZB-Mitglied Mersch. Aus den USA bekommen wir dann um 14.30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und dann spricht am Nachmittag auch noch ein Mitglied der US-Amerikanischen Notenbank. Und zwar hier um 15.30 Uhr. Das also ein paar wichtige Nachrichten für den heutigen Tag. Und an der Stelle bitte auch immer beachten, schauten Sie sich die Nachrichten der eigenen gehandelten Währungen auch an. Weil das ist ein kleiner Abriss. Es gibt natürlich viele, viele Nachrichten pro Tag. Und wichtig ist, dass man halt genau weiß, an welchen Stellen hier reingeschaut werden muss, wo wichtige Nachrichten erwartet werden müssen. Da gibt es ja noch viele Währungspaare. Wenn die Bank von Kanada beispielsweise was sagt, dann muss man natürlich auch darauf achten, was passiert denn jetzt mit den kanadischen Währern und so weiter und so fort. Das Spiel kennen wir an dieser Stelle ja auch direkt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal gleich direkt rein in die Charts, was ich vorbereitet habe. Hier sehen wir lustigerweise noch, ich habe vorhin noch reingeguckt in meiner morgendlichen Routine Euro-Austral. Interessant, wo das Währungspaar momentan hier an dieser Stelle notiert. Da könnte sich was Schönes draus entwickeln. Vielleicht sogar schon morgen. Müssen wir mal gucken. Warten wir mal ein bisschen ab. Aber schön, was hier zu sehen ist. Ich sage nur Trendverlauf und Verortung. Spannend. Eine feine Geschichte, was uns hier immer geboten wird. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in die aktuellen Handelsideen. Hier fangen wir mit euro-britischem Fund auch an. Was sehen wir hier im euro-britischen Fund? Die, die mich schon länger begleiten, die werden es wissen. Einer meiner Lieblingsgeschichten hier im Trading, im Währungsbereich. Ein Kanal, ein Korrekturkanal mit bärischem Charakter. Warum bärisch? Von der Verortung her ist er halt in diesem starken Abwärtsschub verortet. Das ist die Gegenreaktion. Die kann sich natürlich noch bis in den Himmel hochentwickeln. Wir wissen es nicht. Aber wir sehen, was gerade da ist. Und wir sehen halt, wenn das Ding nach unten rumdreht. Dann haben wir hier Avancen, die bärische Richtung wieder aufzunehmen. Das sollten wir als Trader auf alle Fälle auf der Uhr haben. Was wir auch auf der Uhr haben müssen, ist immer Entscheidungen vom Markt abzuwarten. Und dann zu gucken, wenn es noch weiter nach oben läuft, wo wären denn Marken, wo es hinlaufen kann. Es gibt ja auch Händler, die sagen sich, hoppala, morgen Hans. An der Stelle möchte ich gerne noch ein bisschen weiter nach oben treten. Weil so lange, wie das Teil nach oben läuft, kann man ja auch Erträge rausziehen. Bingo. Das ist absolut korrekt. Es muss halt einfach nur in den Gesamtkontext des Trading-Konzepts passen. Und dann haben wir hier nach oben hin auch noch eine schöne Marke liegen. Ich habe hier mal Magenta-Farben eingefärbt, weil wir sehen hier den Peak im Tagesschart. Und das ist auch etwas, das sieht man sehr, sehr schön entsprechend im Stundenschart. Holger, Rolf, auch von meiner Seite hier. Guten Morgen. Kommen immer noch neue Leute dazu. Freue ich mich echt riesig. Was hier zu sehen ist im Stundenschart, wir gucken es uns auch gleich an, das sind die relevanten Marken, wo Entscheidungen auch anstellen können. Das heißt, nach oben hin müssen wir hier diesen Widerstand um die 0,88, 6,20 grob über den Daumen einfach mal annehmen. Wenn der Markt drüber schiebt, dann haben wir natürlich nach oben hin noch weiteres Potenzial. Dreht er aber irgendwann im Sinne dieses Abwärtsdrucks wieder rum, dann haben wir die Situation, dass man nach unten laufen kann. Unten hin haben wir hier auch ein paar Tiefpunkte liegen, die interessanterweise auch mit dem Stundenschart übereinstimmen. Das ist die Marke hier von 0,87, 4,6,3, beziehungsweise hier etwas tiefer, die 0,87, 2,5,7. Und hier haben wir dann natürlich mit Blick nach unten, wenn sich das Ganze tiefer entwickeln sollte, ich muss mal ganz kurz hier etwas zusammenscrollen, hier dieses Zwischentief um die Marke von 0,86, 1,7,0, schiebt sich das ganze Teil weiter runter, dann natürlich ist das hier eine Marke, die müssen wir definitiv auf der Schurzseite mit auf der Uhr haben. Gucken wir uns das Ganze mal eben im Stundenschart an, wo wir gut und gerne sehen können, wann das eine endet und das andere anfängt. Und was wir hier sehen, ist halt mit etwas kleineren Zoom-Einstellungen den Aufwärts-Trend-Kanal hier, den wir schön sehen. Der Markt läuft hier seit diesem Bodenfindungsprozess sehr, sehr schön, auch trendig nach oben, also wirklich sehr, 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 sehr fein an dieser Stelle. Es gibt auch immer mal wieder im Trading-Situationen, da rutscht man unter sowas drüber oder drunter durch und dann dreht der Markt doch wieder hoch. So what, das ist es. Jetzt sehen wir aber, wo wir stehen und wir stehen hier mittlerweile weiterhin in dem laufenden Aufwärts-Trend, der ja die korrektive Phase mit abgibt. Und wir sehen halt auch hier, aus diesem letzten Bewegungsschub nach unten, haben wir hier drüben an dieser Stelle natürlich auch noch Thema Anlaufpunkte hier. Das heißt, wir haben ja hier noch ein markantes, einen markanten Hochpunkt hier, um die 0,88, 3 liegen. Da kann der Markt gut und gerne noch ranlaufen. Das ist ein ganz kurzfristig, wenn das Ding hier rumdrehen sollte. Das heißt, wer hier die Stunde als Richtungsgeber nimmt und in den 5 Minuten beispielsweise sagt, gut, jetzt laufen die 5 Minuten wieder in Richtung der Stunde, dann haben wir hier natürlich auch in der Stunde etwas an Potenzial hier erst einmal auch nach oben hin beziehungsweise darüber hinaus dann in die Vergangenheit auch geschaut. Hier drüben noch das Thema der Anlaufpunkte. Dort, wie schon gesagt, hier oben die 0,88, 6,20, das ist ein markanter Bereich. Den haben wir im Tagesschart als markanten Peak gesehen. Und den sehen wir jetzt hier entsprechend im Stundenchart auch. Das ist einfach ein Level gewesen, wo wir hier entsprechend, hier wir sehen, selbst reingelaufen sind. Das waren Korrektoren. Dann ist der Markt hier wieder sehr dynamisch nach unten abgerichtet. Das hat gewisse Bedeutungen. Schauen wir mal, was an dieser Stelle hier passiert. Also wir sehen, nach oben und nach unten hin gibt es Potenzial im Sinne dieses übergeordneten Abwärtsdrucks. Natürlich das größere Potenzial auf der unteren Seite. Muss man sehen, wie schon gesagt, wenn es dann runterläuft, wenn der Bruch nach unten kommt, dann haben wir hier auch ein paar Anlaufpunkte liegen. Die können wir hier schön auch in diesem Abwärtstrendverlauf, hier in diesem Aufwärtstrendverlauf, Entschuldigung, an den markanten Korrekturtiefs auch rausziehen, was da wichtige Marken entsprechend sind. Also das hier zum Euro-britischen Fund. Und dann schauen wir gleich noch in die zweite Währung rein, und zwar Euro-Neuseeland-Dollar. Auch das mit Blick in den Tagesschart. Da schalte ich hier oben mal schnell schon auf den Tag wieder um. Und dann holen wir hier den Euro-Neuseeland-Dollar einfach einmal rein. Das mache ich auch gleich etwas größer hier. Wieder das Bild. Hier etwas sehr, sehr, sehr Interessantes. Wir blicken hier zunächst erstmal kurz in den Tagesschart hinein, bevor ich dann mal umschalte auf den Wochenchart. Aber das mache ich mal kurz anders. Vielleicht auch gleich ein bisschen Edukatives hier an dieser Stelle mit rein. Wir nehmen mal Euro-Neuseeland-Dollar hier einfach mit hinein. Wir klicken mal kurz rum in den Wochenchart. Und hier sehen wir was relativ Interessantes an dieser Stelle, wo ich sage, das könnte durchaus schönes Potenzial nach oben gehen. Und zwar sehen wir hier eine Situation. Wir sind ja nicht blind, was hier nach oben lief. Das hier war der letzte Schub nach oben. Also jetzt mal auf Wochenbasis von hier unten nach dort oben rauskam. Der letzte Trendarm. Und wir sind hier selbst reden. Da gibt es keine Diskussion. Wir sind hier unter dieses Tief unten drunter gelaufen. Das heißt, der Trend, der hier, der ist erstmal definitiv Geschichte. Aber was ich jetzt hier auf Wochenbasis sehe, ist etwas sehr, sehr Interessantes. Und zwar ergibt sich hier eine schöne Opportunität auf mögliche, deutliche weitere Kurssteigerungen. Warum? Wir haben hier diesen starken Schub nach unten gehabt. Dann ging es die Gegenbewegung rein. Alles klar. Schöne bärische Tendenz. Hier auch so ein schöner bärischer Kanal nach oben. Ähnlich wie wir das bei der Vorwärmung besprochen hatten. Dann ging es nach unten. Und das ist immer so die Sache. Wenn man dann diese bärischen Charaktere hat, die werden gebrochen. Je näher man diesem Punkt hier unten kommt, diesen alten Tiefpunkt, je weiter muss man auch hingucken. Weil es kann an dieser Stelle immer passieren, dass dieser Schub nach oben mit der bärischen Tendenz aufgelöst wird, aber es ein höheres Tief gibt. Und das ist interessant. Und wenn es das höhere Tief gibt, gibt es dann halt natürlich die Erwachsen zu sagen, hier könnte sich mehr nach oben ergeben. Wenn es dann hier über so einen Hoch drüber geht, bildet sich plötzlich wieder ein Aufwärtstrend. Das fängt ja immer irgendwo mal mit irgendetwas an. Hier haben wir die Chance, dass da was anfängt. Und hier, wenn wir uns diese Kerze mal angucken, das kam mit Schmackes, wie man hier bei uns so schön sagt. Und das ist das, was wir im Tagesschat gerade sehen. Wir haben im Tagesschat hier das, was wir hier nach oben gesehen haben. Das war dieser Kanal auf der Wochenzeite zur Oberseite hin. Hier kam der bärische Ausbruch. Da hat sich auf Tagesbasis ein hervorragender Abwärtstrend gebildet. Und jetzt sind wir hier ein paar Tage hin und her getingelt. Hier innerhalb dieses Außenstapels. Hier unten haben wir den Supportbereich gehabt, um die 1,653. Wir haben es gesehen. Gestern mal ganz kurz drunter gelookt, unter das Tief. Und dann kamen Käufer in den Markt rein. Und die Käufer haben es nicht nur geschafft, über die Oberseite dieses Außenstabs drüber zu laufen, sondern haben auch noch den Abwärtstrend touchiert und rausgenommen. Hier über die Marke von 1,67649 drüber gelaufen. Und jetzt gehen die Tendenzen weiter nach oben. Und das ist hochspannend, weil das ergibt mit Blick auf den Wochenchart den Punkt, dass wir möglicherweise hier tatsächlich weiter nach oben planen können. Nächster Anlaufpunkt in diesem großen Kontext gesprochen. Das heißt hier, für diejenigen, die das Ganze gerne als Swing Trade auch benutzen möchten, da gucken wir mal auf schöne Tageshochs, wie sind diese markante Hochs hier. Das sind die Korrekturhochs, dieses Abwärtstrends. Das nächste liegt dann hier oben um die 1,694. Beziehungsweise im folgenden dann hier oben um die Marke von ungefähr 1,755. Das interessanterweise auf die Oberseite. Das kann man im mittelfristigen Trading sehr, sehr gut nutzen, aber auch im kurzfristigen Trading. Das Ganze kurzfristig, wenn dieser Schub, der gestern gestartet wird, auch noch weiter anhält. Und naja, wieso nicht den ganzen Spaß in der Stunde mal begleiten? Und hier sehen wir, was hier los ist. Hier sehen wir hier, wie das Ganze entstanden ist. Untergeordnet, leichter Aufwärtsdruck entstanden. Dann mit Schmackes drüber. Jetzt steht das Teil halt in seiner weiten Bewegung. Das heißt, was man hier erwarten kann, ist erst einmal eine Umkehr. Irgendwo in irgendeiner Weise eine Korrektur. Wie auch immer die sein mag. Seitwärts etwas tiefer. Da müssen wir einfach warten. Aber im kurzfristigen Bereich haben wir hier doch die Möglichkeit, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, den Markt etwas weiter noch nach oben zu begleiten. Wie schon gesagt, hier in Richtung dieses markanten Hochs, was wir auf der Tagesbasis sehen, da ist Luft da. Und wer sich jetzt sagt, beispielsweise gerade für das kurzfristige Trading, Moment, nach so einer starken Bewegung, wenn da die Luft jetzt mal raus ist, da könnte es unter Umständen auch ein Stückchen weit nach unten gehen. Da braucht man dann den kurzfristigen Zeithorizont. Der guckt sich den Spaß hier einfach, was wir auf der Stunde sehen, hier oben, was das korrektive Muster angeht, einfach mal in der kleineren Zeit einhalten. Und wenn wir da entsprechend einen 5-Minuten-Trend nach unten laufen haben, was mit Blick in diesen Chart jetzt schon der Fall ist, zeige ich gleich mal hier, da sehen wir halt hier so diese Schwünge, diese größeren Schwünge, ja, und dann diese kleineren Schwünge hier. Und hier sehen wir momentan, wie der Markt so ein Stückchen nach unten schwingt. Aber das ist jetzt nicht diese Dynamik, wo ich sage, jetzt bricht der Markt hier brutal nach unten weg. Weil was wir hier in den 5 Minuten natürlich sehen müssen, man darf da nicht zu klein werden. Klar, wenn man das Ganze im Tick-Chart miteinander betreut, kann das schon genutzt werden, wie auch immer. Das muss dazu passen. Aber wenn man sich das Ganze mal aussieht, wie die Schwünge hier eigentlich laufen, dann haben wir hier das, was wir in den 5 Minuten sehen, halt in diesem Kontext. Ich zeichne mal das letzte kurz ein, dass man einfach sagt, wo geht denn jetzt die Korrektur los? Das heißt, wann bildet sich denn ein Abwärtstrend in den 5 Minuten? Das ist das kleine Geschwingel hier oben rum. Sicherlich dieser kleine, winzigste Aufwärtstrend, der ist jetzt gebrochen. Und das läuft ein bisschen gegen. Aber im Kontext zu dem, was wir hier sehen, ist das, was wir hier oben an dieser Stelle sehen, einfach nur momentan der Bewegungsarm, der jetzt etwas gebrochen wird in den 5 Minuten. Da ist der Kontext zur Stunde noch längst nicht abwärts gerichtet. Das heißt, die 5 Minuten können ohne weiteres bis hier runter korrigieren, ohne dass die Stunde irgendeinen Schaden nimmt, wenn es dann drunter hinausläuft. Dann ist es der Punkt, wo man sagt, jetzt haben wir die korrektive Phase. Und da könnte es schon noch ein Stückchen deutlich tiefer laufen. Also hier mal der Fokus gesehen, wie setzt man denn das Ganze bildlich zusammen in einen Kontext? Also hier, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Aber hier, das ist die Art und Weise, wie ich persönlich die Charts hier lese und wo wir einfach sagen, okay, wie kann es denn jetzt hier weitergehen? Und das, was wir hier entsprechend sehen, ist halt mal aus den 5 Minuten raus das, was wir in der Stunde gesehen haben, die großen Schwünge. Und das läuft jetzt hier halt entsprechend runter. Und wie schon gesagt, korrektiv fängt das Ganze an. Wenn dieser Trendschub hier weg ist, dann könnte es deutlich tiefer gehen. Also wie schon gesagt, hier immer richtigerweise zu wissen, was macht man denn, was möchte man treten, in welchem Zeitkontext. Auch hier gibt es beim Euro-Neuseeland-Dollar natürlich einiges miteinander zu beachten. Wie schon gesagt, das große Bild spricht hier für eine gute, deutliche Lagebesserung mit viel Potenzial nach oben. Aber im längfristigen bzw. mittelfristigen Bereich hier diese Punkte auch anzuvisieren. Im kurzfristigen Bereich, haben wir gesprochen, gibt es andere Maßnahmen hier. Auf alle Fälle ist Bewegung drin und das ist das, was wir brauchen. Bewegung gibt es momentan auch im Schweizer Aktienindex. Hier, wir haben vor nicht allzu langer Zeit über diesen Markt gesprochen. Hier habe ich das Muster nochmal eingezeichnet, was wir hier hatten. Wir hatten sehr, sehr schön diesen starken Schub nach oben. Hier war die Top-Bildung. Danach, wir sehen hier wieder eines der sehr, sehr schön funktionierenden Muster. Die Korrektur innerhalb eines engen Kanals. Hier kam der Ausbruch und dann hat sich der Markt schön nach oben geschoben. Konnte man sehr, sehr schön im Stundentrend entsprechend auch begleiten. Und dann ist das passiert, was extrem oft passiert. Wenn wir so einen starken Widerstand hier oben haben, der Markt läuft halt nicht einfach so drüber. Da gibt es häufig gewisse Reaktionen. Das haben wir gestern gesehen. Hier oben das Top, dann den Markt nach unten. Wenn die Runterentwicklung, also die korrektive Phase, jetzt hier weiterlaufen sollte, muss man einfach schauen, wo wären denn interessante Anlaufpunkte. Zum einen natürlich aus trendtechnischer Sicht, zum anderen aber auch mit Marken, wo man sagt, wahrscheinlich kann es da zu Gegenreaktionen kommen. Da müssen wir hier nach unten hin einfach mal blicken. Hier aufs Ausbruchsniveau. Selbstverständlich hier, ob die Marke hoch hier, das Hoch war bei gewesen bei 9.041 Punkten. Also dieser Bereich könnte Support bilden, einfach als Test des Ausbruchs. Darunter hinaus, aus klassischer technischer Sicht, hat dieser Markt natürlich ohne weiteres auch die Möglichkeit, ohne diesen Aufwärtstrand kaputt zu machen, bis hier runter ins Tief, um die 8.830 Punkte reinzulaufen. Das gibt das Korrekturpotenzial definitiv aus technischer Sicht her. Mit kurzem Blick auf die Tagestiefs haben wir natürlich auch einige Tagestiefs noch liegen. Das ist auch das, was wir im Stundenchart sehen. Da schauen wir auch gleich noch einmal rein. Mit Blick nach oben hin, da gucken wir mal ganz schnell in die Woche rein, haben wir, sobald wir diese Marke hier überschritten haben, deutlich Luft erstmal nach oben. Hier haben wir das Allzeithoch im Index liegen. Das heißt, wenn hier die bullischen Avancen weiter mit am Laufen bleiben, dann haben wir mit Überschreitung dieser 9.200 Punkte ein gutes, weites Feld offen, ohne starke Widerstände jetzt hier in der Woche. Das heißt, hier haben wir gut und gerne die Möglichkeit, deutlich höhere Kurse zu sehen. Was aber wichtig ist, wir müssen unbedingt hier oben drüber. Das ist der Punkt. Und wenn, dann kann das schon ordentlich Schub geben oben drüber, weil dann werden Positionen aufgelöst, dann geht das Ganze in Long-Richtungen und das gibt häufig diese starke Dynamik auf der Oberseite. Wir gucken uns das Ganze mal noch etwas kleiner an. Hier sehen wir es. Hier gab es nur Schub nach unten. Da gab es keine Zwischenkorrekturen oder Ähnliches im Tagesbereich. Das heißt, da haben wir wirklich ein schönes freies Feld nach oben bis hin hier in Richtung dieses Allzeithochs um die Marke von knapp 9.600 Punkten. Also hier auch sehr, sehr spannend, was passiert. Und ich habe ja gesagt, wir schauen uns das ganze Spiel mal gerade noch im Stundenchart an. Und da ist etwas passiert, was ich gerade auch im 5-Minuten-Shut beziehungsweise im Stunden-Shutter-Währung gezeigt hatte. Hier haben wir den Trend, der hier nach oben gelaufen ist. Und ganz oben hier an dieser Stelle hatten wir hier die letzte Korrektur und hier den letzten Bewegungsschub nach oben. Und das Ganze ist jetzt hier rausgenommen worden. Da gab es auch untergeordnet hier einen kleinen Schwung, einen kleinen Abwärtstrend. Wenn sich der ganze Spaß nach unten fortsetzt, dann haben wir natürlich die Anlaufpunkte. Und mit Blick entsprechend in diesen Stundentrend, da sieht man halt hier, das hier ist der Bewegungstrend gewesen, der hier nach oben gelaufen ist. Nächster markanter Anlaufpunkt des Bewegungstrends. Auf dieser Seite haben wir definitiv hier in diesem Bereich um die Marke von knapp 9.066 Punkten. Also da kommen wir diesem Unterstützungsbereich hier schon relativ nah. Wenn das dann weitergeht, ein nächster markanter Punkt wäre hier dieses Ausbruchslevel bei 9.023. Hier haben wir nochmal einen kleinen Zacken. Dann haben wir hier unten diesen Bereich bei knapp 8.923 Punkten. Also es gibt nach unten hin schon einiges, was der Markt an korrektiver Phase mit reinlaufen kann. Wenn es also ein ganzes Stück nach unten geht, haben wir die Potenziale hier liegen. Wenn sich hier was entwickelt, ansonsten haben wir die Oberseite offen, wie ich es besprochen hatte, mit auch ordentlich Potenzial, wenn es über den Widerstand drüber wuppt. Und ansonsten können wir schön den Korrekturhandel betreiben. Das also an dieser Stelle wieder für die heutigen Handelsedien. Ich blicke gerade mal oben auf meinen vierten Monitor. Fragen gibt es hier aktuell nicht. Von der Seite her einen ganz lieben Dank für Ihre Zeit hier an dieser Stelle. Wir lesen und hören morgen wieder voneinander. Heute allen einen schönen, erfolgreichen Trading Tag. Macht momentan wieder sehr, sehr viel Spaß, an den Kapitalmärkten zu agieren. Allen gute Trades und bis morgen. Tschüss.